Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute frei für alle auf Arcade. Mit dabei ist der liebe Iceman und der äh 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 LJ. Das war sein hallo, der mich gerade umgebracht hat, liebe Iceman. Ja, der liebe, ganz lieber Iceman. Ja. Oh, geil. Na gut, da machst du nichts. Du stand doch noch in die falsche Richtung. Nein! Nein! Der Spott Kari! Das hat Kari gespottet. Der war mit Taktik entspielen. Oh. Oh, mit dem Ding ist es so schwer, ey. Der spielt Kari mit AC und G. Was? 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 Wo ist Kari mit Taktik entstieg? Der existiert gar nicht. Boah! Oh! Nein! Okay, L11 wacht. Ach, macht Spaß. Ja, ich hab da eben gerade ganz, ganz weg gespielt. Das war halt das lange Barrel, ne? Nein, ich hab den gar nicht gesehen. Das war durch die Drehung. Oh, keinen kennt. Ja, ich bin ganz, du bist die ganze Zeit hin und her gelaufen. Ich hab die ganze Zeit verfolgt. Natürlich kenn ich irgendwann. Boah. Richtige Mauer, wirklich. Ey, ich hab dich zwischen zwei Mauern durchgeholt. Ach, da kommt LJ. Willst du grad ne Taktik entstieg? Oh, Digga. Wär ich? Nein, komm wieder hoch. Was? Komm wieder hoch. Nee. Och, im Burgerland. Er sagte doch LJ, oder nicht? Aber hier, Leute, das ist doch nicht gekalkt. Oh, da kommt LJ von oben. Ich bin da, wo die Fliegen sind. Ah, come on. Dann verzieh ich. Oh, fuck. Nein, du, ich hab dir doch gar nichts getan. Nein! Not bad, mein Son. Not bad. Ja, gerne. Ach, klar kommt der von da. Boah, da weiß er, dass ich hier stehe. Verdammt! Guten Tag. Bei einem platziert sein Taktiker, ich stehe gerne mal auf den Treppen. Oder unten bei Dixens. Tu ich gar nicht. Na, hab ich doch was gesehen. Noch nicht oben? Nee. Aber hier kommen Mausprobleme. Nicht, nicht du, nicht du. Der LJ hat grad auf mich geschossen. Ich wusste es. Dann hat doch Kalim auf mich geschossen. Verdammt, LJ. Warum sagt die so oft, verdammt LJ? Ja, ich kann nichts dafür, dass ich gut bin. Bist nicht gut, bist scheiße. Sag dir Kalim und starb. Ja, wenn ihr beide Zimmer steht, kann ich auch nichts dafür. Ja, dann lassen. Nein! Okay, das ist jetzt ein dick Move. Hoffentlich klappt der. Vielleicht hier. Keine Ahnung. Kalim hockt wieder unten in meinem Bürgerladen. Tu ich das? Ah, okay. Lennung. Der Bait hat funktioniert. Aber da hätte er nicht gedacht, dass du damit auch LJ holst. Man, LJ, lass mich doch in Ruhe. Mann, LJ. Ich hab kein Tränis. Lass mich doch in Ruhe. Ich muss nachladen. Ja, ich nicht. Ach, hinter mir und vor mir. Ach, LJ, Mann! Da hast du kein Leben, oder was? Ach, komm, LJ, Mann! Loll! Der war halt weg! Och, Mann! Och, Mann, Iceman! Och, Mann, LJ! Ja, ist halt echt so. Ja, da ist er hinter mir. Oh, Loll! Ich hab keine Masse. Ich hab keine Masse. Ach man, LJ. Äh, Iceman. Hey, oh man, LJ. Ach verdammt! Wie, war das denn kein Double? Nein! 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 Was? Was? Was ist das denn hier gerade? Oh, lol! Hier ist LJ gesprobt! Ich bin so scheiße! Ich hab grad Funk abgecampt! Was? Was? Niemals! Niemals! Was? Geiles Ding, was du ihm grad gegeben hast! Du hättest den Schlick sehen müssen! Niemals, Alter! Vorher, weil er nicht weiß, Alter! Was ne Ansage! Was? Alles gut! Karim ist jetzt weiß! Ach, da hinten ist Karim, ey! Mitkriegt! Soi! Oh, komm! Oh, komm! LJ! Du bist dabei! Du willst das eigentlich gar nicht! Du willst eigentlich gar keine Menschen töten! Haha! Dich schon! Du bist ja auch kein Mensch! Du bist ein Schwarzer! Halt die Fresse! Sag du der Schwarze! Sag du der Schwarze! Halt die Fresse! Komm zurück Karim! Was? Okay! Ach komm! Oh, du bist da schon wieder gespawnt werden! Ich nein! Ich hab dich gehört! Mann, der ist von der AJ! Ach doch! Bist du gewesen! Oh mein Gott! Wie seh ich den nicht! Wie bin ich so behindert? Keine Ahnung! Wo ist Karim? Wo ist Karim? Wo ich sonst auch immer bin! Wie sie einfach beide da sind, Alter! Wie sie einfach beide da sind, Alter! Wie sie einfach beide da sind, Alter! Wie er meine Lebensmittel hat Geht? Verschlecht Nein Welcher Wichser war das diesmal? Ich nicht Gecampt da unten Als ob ich gecampt hätte Du weißt genau ich campel nicht Was? Ein sickes Ding Gott im Dwarfmesser alter Nein Doch Nein LJ das ist in Ordnung Wo ist LJ? Was? Niemals 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 Ich bin on fire Digga Ich bin on fire Nenn mich Daddy Was bist du für ein Suchti alter Der ist gerade gestorben Nenn ihn doch nicht Suchti Oh fuck Du bist nicht wirklich hinter mir gespawnt Ja Taktik Einstieg Digga Taktik Einstieg Taktik Einstieg ey Das Schlimmste was es hier gab ne? Ohne Spaß Das Beste was ich hier gab Warte ich muss mal kurz raus Ich muss den Farblendenmodus ausmachen Ich seh grad dass der total bescheuert ist Und das Farblendenmodus an? Ja So Auf jeden Fall Danke Leute fürs Zuschauen Out rein Bah Bubbei speeches electrode Gebir Veil Untertitelung des ZDF, 2020